Dann holen wir sie mal raus, würde ich sagen. Wir nehmen Rache, Rache. Los, Aiden. Toll, sehr lustig, Steven. Hey, das war ich nicht. Ich hab's nicht gemacht. Vielleicht war's Jodie. Ist bestimmt sauer auf uns. Albener Blödsinn. Keiner bewegt Sachen einfach so. Es gibt eine andere Erklärung. Nein, glaub ich nicht. Shit, das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Lasst mich hier nicht alleine. Okay, wartet auf mich. Die Tür, sie ist versperrt. Unmöglich. Sieh fester. Ich sag doch, sie ist zu. Ganz ruhig. Kein Grund zu packen. Die Fenster. Los, die Fenster. Verflossen. Leute, wenn das ein Scherz ist, ist er echt nicht witzig. Wo ist der Typ? Hier ist der Typ. Ja. Ja. Hilfe! Hilfe! Amin, bitte helf mir! Hilfe! Lass mich auf! Lass mich auf! Hilfe! 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 Scheiße. Was machst du denn, Aiden? Du gehst zu weit. Du musst aufhören. Ich bleib nicht hier. Was war das? Scheiße. Oh, ausbrennt. Lass sie jetzt raus, Aiden. Holy. Kirsten, geht es dir gut? Mein Gott, was ist passiert? Rivas, es ist ihre Schuld. Sie hat alles abgefackelt. Sie ist der Teufel. Der Teufel. Komm mit, Charlie. Gehen wir nach Hause. Ja, okay. Ja. Boah, Alter. Alter. Teenage-Eingriffe haben tatsächlich 76%. Ja, okay. Erste Besprechung. Lass das ein. Wegen dir haben wir Ärger. Also hör jetzt auf. Okay. Ich will aufhören. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na los, geh zu ihm. Ich warte hier, Schätzchen. Hallo, Jodie. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennen zu lernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Klar, scheint es ein recht freundlicher junger Mann zu sein, ne? Was ist das da oben? University of Camden. Ziemlich trocken, die Bücher, ehrlich gesagt, gelesen habe ich dir auch nicht alle. Was ist mit dir? Liest du gern? Das ist ein Foto von einer paranormalen Ereignis-Studie. Dieser Tisch wanderte fünf Millimeter in drei Tagen. Von ganz allein. Wir haben das gefilmt und spielten das schnell ab, so sahen wir die Bewegung. Interessant, hm? Hm. Du, ähm, du kannst dich setzen, wenn du willst. Gib mir noch einen Moment. Einen Moment noch. Ich will noch mal ein bisschen rumstöbern hier. Dann setzen wir uns mal. Jody, mein Job ist, die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie, äh, wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Jody? Okay. Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Seit deiner Geburt? Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Könntest du ihn, äh, für mich malen? Ja, komm, wir malen. Ja, komm, wir malen. Liebel, lieb erst mal. Ja, komm, wir malen. Also, eine – und wir � julgung. Do ständig bist? Ja, komm, wir gehören. Ja, komm, ich lass dir heit. Ja, komm, wir leuen. Ich renge oder nicht wie, ich resoluerteorous Fels in die explicitly, Ja, komm, wir rappelaten, oder? Sie machen. Stürzt dich, wenn ich es ansehe? Also, dieses Ding ist dein Freund und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Ist er jetzt gerade hier? Kannst du ihn bitten, was zu machen? Okay, was machen wir? Ist das hier hinten? Das ist ein Paket. Okay. Komm, wir zeigen ihm mal, dass er seine Bücher lesen soll. Du... du sagst ihm, was er tun soll und er macht es dann? Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Es waren die Monster. Monster? What? Okay, wir waren genauso neugierig wie die anderen um die 80%. Da haben Aiden gezeichnet und Aiden's Kräfte gezeigt. Willkommen bei der CIA. Oh. Was soll weören? Oh, co. Oh, co. Oh. 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 Oh, oh. 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 Oh, oh. Dein Zimmer. Hier lernst du und schläfst du für die nächsten drei Jahre. Das Training startet morgen früh um fünf. Sei pünktlich. Komm schon, Home. Hopp, hopp. Ja, okay. Das musst du es auch tun. Okay. Los, fest zugreifen. Lutz die Bewegung aus und schwing dich so rüber. Häuf noch. Ganz genau so, Home. Komm schon. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja. Okay. Scheiße. Wie weit Richtung? Scheiße. Achso. Scheiße. Sehr gut. Nein, Deckung, Mann. Ja. 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 Achso, spielen. Springen wir mal. Exzellent, Jody. Okay, Rekrut. Jetzt haut diese Ölfässer da um. Okay. Gut, und jetzt weiter. Tricep. Okay. 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 Mann, kacke. Auf ein Knie, konzentrier dich und gleich von vorn. Okay. Okay. Achso, jetzt kann ich überwältigen. Okay. Ich weiß nicht, müssen wir wahrscheinlich hier links hin, ne? Das war nicht gut. Ich muss mal irgendwie ablenken. Okay, wir müssen oben ran. Komm. Niiiice. Nicht übel, Jodie. Aber wenn das kein Training wäre, dann wärst du jetzt tot. Wenn das kein Training wäre, dann wäre das dein allerletzter blöder Spruch, Wein. Glückwunsch, Agent Holmes. Gut gemacht. Willkommen bei der CIA. Danke, Sir. Ja, Jodie. Willkommen bei der CIA. Hey, du bist mit dabei, Jodie. Herzlich willkommen. Cool. Cool, cool. Wir sind bei der CIA, ey. Ja, Leute, würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Wir sehen uns dann. 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 Vielen Dank.